Robert Halver, droht uns eine neue Euro-Krise? Trotz der Probleme jetzt in Italien mit einer neuen Regierung, populistischer Regierung, müssen wir keine Sorge dafür haben, dass es eine neuerliche Euro-Krise geben könnte. Italien ist einfach zu mächtig, zu groß, hat so viel Drohpotenzial über die Schulden, als dass dann die EU, die EZB nicht hilfreich eingreifen würden. Auch dieses Mal wird es so sein, dass die EZB ihrem Ruf gerecht wird, einer zahlt bestimmt. Es gibt keine Euro-Krise. Man müsste sogar sagen, weil es diese Probleme gibt, muss die EZB weiterhin ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. Das heißt für die Märkte über den Sommer vielleicht etwas mehr Volatilität. Aber alles, was nur in meinem Fernsehen nach Crash riecht, wird es nicht geben. Mein Voting für die Märkte ist 7 mit Blick auf etwas mehr Volatilität. Lieber Kollege Robert Halver, ich glaube, da werden Sie sich diesmal gewaltig irren. Zu glauben, dass Brüssel die EZB es mal ebenso durchwinken, wenn diese neue populistische Regierung in Italien erheblich mehr Schulden machen will, ist naiv. Das wird nicht passieren. Es gibt ein großes Gerangel zwischen den Nordländern und Deutschland auf der einen Seite und den Südländern und Frankreich auf der anderen Seite. Und in dieser Phase werden wir eine Euro-Krise erleben, die möglicherweise das, was wir mit Griechenland erlebt haben, noch in den Schatten stellt. Das heißt, der Euro wird abstürzen, die Aktienmärkte werden abstürzen. Bis dann am Ende, und da bin ich dann ja wieder bei Ihnen, in allen klar ist, die Rechnung eines Austritts Italiens wird zu teuer und die EZB und Brüssel doch rettet. Aber ein steiniger Weg und damit auch für die Anleger etwas schwierigere Zeiten an den Aktienmärkten, auch weil in den USA die Liquidität immer schlechter aussieht, gibt keine Überschussliquidität mehr und deswegen mein Voting nur eine 4. Ich stimme mit Stefan überein. Das Regierungsprogramm der neuen italienischen Regierung sieht eine deutlich gelockerte Fiskalpolitik vor, fordert aber auch eine bessere Lastenverteilung bei der Einwanderung. Innerhalb der EU könnte das zu mehr Spannungen nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern auch zwischen Ost und West führen. Bei steigenden Spannungen in den Handelsbeziehungen mit den USA und einer eventuell strengeren US-Notenbank sieht die Zukunft jetzt viel schwieriger aus. Deshalb bin ich diesmal eher zurückhaltend und bleibe bei drei. Da haben wir also zwei ganz unterschiedliche Meinungen. Robert ziemlich optimistisch, Valerie und Stefan dagegen deutlich zurückhaltender. Und diesmal neige ich ebenfalls zu Vorsicht. In letzter Zeit ist die EZB viel restriktiver aufgetreten. Ich denke, in diesem Fall wird sie Italien definitiv keinen Spielraum gewähren. Und Ende Juni steht das große EU-Gipfeltreffen an. Da werden Frau Merkel und Monsieur Macron hart arbeiten müssen, um die vielen Interessenskonflikte zu lösen. Es ist also eine schwierige Zeit. Ich bleibe bei meinem Votum von 1. Und ich bin sicher, dass der Euro tendenziell schwächer wird. Der Wertsteinindex ist der Durchschnitt aller Wertungen und gibt die Erwartungen der Experten für die Aktienmärkte auf Sicht von drei Monaten wieder. 1 bedeutet extrem negativ, 10 extrem positiv. Im Juni liegt der Index bei 3,8 Punkten. Ein Rückgang von einem Punkt im Vergleich zum Vormonat.